Hallo und Willkommen zurück zu Let's Plays Bo. In der letzten Folge haben wir den Fisch nahe eingesammelt und müssen ihn jetzt hier zu unseren waldigen Verbündeten, hoffentlich, bringen. So, Missionen. So, du hast 10 Missionen gemeistert, also nur 4 Plakettenpunkte. Weiß jetzt aber nicht, was das bedeutet. Eine kleine Zwischensequenz. Wo ein? Den Titel Commodore. Verdienen deine Bündnisvolle kann nun ein weiteres Schiff aufnehmen. Okay, so, was haben wir da für Beziehungen jetzt zu denen eigentlich? Ah, um ein Bündnis vorzuschlagen. Schon mal ein Bündnis machen. Es ist aber schon lange unser Wunsch, Verbündeter. Deiner Herrlichkeit zu werden, möge das wir uns florieren. Okay, die haben jetzt keine Jobs gerade für uns. Die sind allerdings jetzt halt verbündet mit ihnen. So, das heißt, dieses Schiff ist jetzt hier mit mir verbündet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt... ...mit uns so herumfliegt eigentlich. Und das sind jetzt auf jeden Fall unsere Verbündeten hier erst mal. Wie weit wir da was jetzt machen können. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen gerade zwei Schiffe. Erst mal. Das klingt ja erst mal gar nicht mal so mega schlecht. So. Wir sollten auf jeden Fall erst mal wieder auf unsere Heimatwelt zurückkehren. Um mal noch die restlichen Sachen halt noch mal zu machen. So. Uns ist aufgefallen, dass unsere neue Verbündeter über mächtige Technologien verfügt. Diese ganze Bündnis-Nummer gefällt uns zunehmend. Besser! Vergiss nicht deinen Partner hin und wieder unter die Arme zu greifen. Dann werden wir dadurch belohnt. Okay. Bevor ich gehe, aufladen unsere Mission. So. Ich möchte... Also Reich hatten wir ja gehabt. Es geht ja nur mit Krieg noch jetzt hier. Nach Artefakten. Hier haben wir zum Beispiel wieder ein Signal. So. Vielleicht ist dort irgendwo ein seltenes Artefakt zu finden. Das sagt eigentlich schon unser Scanner. Ist der aktiv? Ja. Der Radar ist aktiv. Hier wird es aber nichts geben. Das heißt, dieses Signal würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass wir nun mit ihnen interaktieren können. Hier wäre dann zum Beispiel auch noch was. Okay. So. Jetzt haben wir scheinbar Krieg. Na. Na. Ganz toll. So. Die sind sowieso jetzt irgendwie nicht ganz so positiv unsgesinnt. Das heißt, unser anderes Schiff wird scheinbar gerade angegriffen. Das heißt, unser anderes Schiff wird scheinbar gerade angegriffen. So. So. Erstmal fliegen wir hier hin. Und dann lasse ich mir auf jeden Fall nochmal erklären, wie man das mit dem Krieg halt hier macht. So. Nicht, dass ich da jetzt hier vollkommen angehen. Ah jaja. Genau. So. Missionen. Ähm. So. So. Die Zeit ist reif gegen ein anderes Reich in den Krieg zu ziehen. Wir können dich derzeit diesem Ziel nicht näher bringen. Es sieht danach gerade unmöglich aus. Komm bitte irgendwann wieder. Okay. und dann noch so. So. Wir sind negativ jetzt zu denen auch auf. Also jetzt zu Lila erst mal eingestimmt. Aber ähm. Ja, wir hatten eigentlich nach wie vor die Aufgabe. Die habe ich jetzt allerdings erstmal nochmal abgeh aufgedeben. Ja, um uns halt Artefakte zu besorgen. So, Missionen. Was denn? Ich hab's nicht mehr geblieben. Was denn? Was denn? ÖÖ? Ja. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Gewürz wieder dazu. Hier wird ja sowieso gehandelt. So, wir gucken einfach nochmal am besten hier nach. Hier ist jetzt gerade nichts. Gucken wir hier nochmal nach. Das heißt, wenn wir jetzt hier in dieses Gebiet wieder fliegen würden, fliegen einfach ganz schnell weiter. Wir können da aber jetzt gar nicht hinfliegen. So, okay. Jetzt sind wir zumindest hier in meinem Gebiet. Und da ist zumindest was auf unserem Radar drauf. Okay, also wir werden gerade gut angegriffen. Wir haben jetzt wahrscheinlich selber gelesen, dass wir jetzt auf unsere Verbündeten uns wieder gut stellen müssen. Jetzt allerdings auch gar nichts auf diesem Planeten drauf. Und wir haben auch fast keine Energie mehr, um überhaupt irgendwas zu machen. So, das heißt ganz schnell nochmal zurück. So, das heißt wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal in unserer Heimatgalaxie zurück. Also da kommen wir jetzt scheinbar gerade nicht weiter. Das heißt wir werden nochmal mit unserem Verbündeten hier mal reden. So, okay. Gut, deine Erscheinung gefällt nur noch mal als es war. Vielleicht blablabla. Okay, Missionen. So, jetzt haben wir die Missionen, dass ich Drei-Taler-Art irgendwie finden soll. Und sie auf dem Planeten abgebunden wird. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, wo hier irgendwie sein könnte. Also man merkt auf jeden Fall der Computer, der baut sich, der generiert sich gerade ziemlich gut aus. Das heißt wir werden uns hier auch mal auf jeden Fall noch eine weitere Kolonie holen. So, das heißt wir reden jetzt einfach mal mit hier. Okay. Und machen mal beides, reparieren und aufladen. Und gehen mal auf. Ne, ich wollte nicht wieder mal zurück. Handel, genau da war das gewesen. Kolonie-Unfassbar-Paket, einfach mal Frachtraum. Okay. So, jetzt können wir uns zumindest auf jeden Fall schon mal eine weitere Kolonie uns da auch mal anschauen. Jetzt hätten wir hier Jan 5. Ja, zum Beispiel in der Stammesphase zum Beispiel. T2, T0 wäre demzufolge besetzt. Naja gut, dann müssen wir jetzt halt erstmal hier runter halt gehen und uns halt dieses Kolonisationspaket halt erstmal holen. Hat bereits eine Intelli... ach so, weil das eine intelligente Spezies ist, was können wir das hier nicht machen mit diesem System? Das heißt, schauen wir mal so rum. Und dieses System hätte eine intelligente Spezies. Hier wären, warum intelligent nur Spezies? Beziehungsweise hier sind es nur Spezies, aber allerdings keine Intelligenten. Hier wäre zum Beispiel auch so wahrscheinlich ein Artefakt wieder. Und da ist das. Hier könnten wir wahrscheinlich auch den Planeten kolonisieren, weil es hier noch keine intelligente Spezies gibt. Es gibt zwar hier Spezies, allerdings nicht etwas höher entwickelt. Jetzt müssen wir ja nochmal die Karte umswitchen und gucken einfach am besten am günstigsten. Wobei, wir können ja nochmal schauen, ob das... das wäre ja glaube ich ein T1-Planet. Vielleicht haben wir ja sogar noch einen T2-Planeten hier irgendwo. T0, T2... genau. Dann gehen wir hier zu Alka. Weil der ist nämlich schon T2, dieser Planet. Das heißt, das ist eigentlich schon etwas besser. Das heißt, die haben wir jetzt immer wieder dann. Hier sind die Gold Skies hier. Relativ in und näher. Und dann gucken wir mal, ob man hier in Kolonium Fassbauer kommt. Genau. Hier kann man das in Kolonium Fassbauer ergeben. Wunderbar. Zum Kolonieplaner. Das heißt, wir können auch direkt hier wieder... Kennen wir? Nein, können wir nicht. Dann wollen wir das nicht. Ab wann können wir das? Ah, da! Weil das wieder unterschiedliche Planeten sind. Das heißt, man muss für jede Kolonie manchmal das Haus selber auswählen. Gut. So, dann nehmen wir einfach nochmal das ganze Zeug. Wir werden dann wahrscheinlich mal, wenn wir dann noch weitere Planeten haben, auch mal irgendwie was anderes nehmen. Aber ich muss das einfach auch selber hier ein Stück weit verstehen, wie das hier funktioniert hier alles. Okay. Gut. Jetzt können wir eigentlich bauen. Das heißt, wir bauen mal ein Haus, eine Fabrik. Noch eine Fabrik. Bauen wir noch. Was für die Unterhaltung. Nochmal was für die Unterhaltung. Und... Eine reine Fabrik. Okay. Jetzt müssten wir auf jeden Fall noch was für die Unterhaltung bauen, weil ansonsten sind wir aber unzufrieden. Jetzt hätten wir so auch Zufriedenheit etwas hier. Okay. Das kann man so definitiv nicht bauen. Besser, wir bräuchten auf jeden Fall, wie viel Geld haben wir denn noch? Ein bisschen was haben wir denn noch. Okay. Hier wäre es etwas unzufriedener. Gucken wir mal, ob wir das auch nicht switchen irgendwie. Kann man das hier so switchen? Nee, jetzt kann man auch nicht so switchen. Hehehehe. Oh, jetzt haben wir ja eine enorme Unzufriedenheit. Hehehe. Okay. Das eine geht definitiv dann wohl nicht so. Wir haben das nicht so gehabt. Jetzt hätten wir wieder ganz normal Zufriedenheit. Also so lassen wir das auch erstmal. Hier. Und durch ein Upgrade... Was für... Durch ein Upgrades Verbesserung. Mhm. Kolonien kaufen ihre eigenen Fahrzeuge. Das hat man hier. Ähm... Ein Raumschiff. Mhm. Und wir können auch nochmal hier so ein Flugzeug... ähm... Das Fahrzeug in dem Fall nochmal auswählen. Wir haben hier einfach mal die Zivallnomotte jetzt. Einfach nur so um das mal auszulisten. Wir können jetzt allerdings auch hier nichts machen. Kolonien kaufen ihre eigenen Fahrzeuge. Wählen. Wählen. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Eigene erstellen. Das heißt, wir können jetzt hier... Nix machen. Zumindest noch nicht. Hier hätten wir hier die Hündin. Hier hätten wir nochmal unsere... Unsere Kreatur selbst. Und der T-Score sieht ja hier gar nicht mal so schlecht aus. Dieses Planeten. T2. Das heißt, wir hätten somit auch ein neues... Einen neuen Planeten. Ein neues System in unseren eigenen Reihen. Das heißt, dieses System gehört jetzt sozusagen auch zu uns. Okay und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge. Bye let's plays 4. Bis morgen. Tschüüüü.